Der Bauer ehrlich Es war einmal ein König, der hatte ein Lamm, eine Geiß und einen Bock. Weil er die Tiere sehr liebte, wollte er sie nur einem Bauern zum Hüten geben, dem er voll und ganz vertrauen konnte. Der ehrlichste Bauer im ganzen Land hieß auch ehrlich und ihm gab der König seine Tiere in Pflege. An jedem Wochenende musste der Bauer in die Stadt kommen und dem König berichten, wie es den Tieren ging. Das spielte sich immer so ab. Guten Morgen, Bauer ehrlich, war der Weg heut sehr beschwerlich. Guten Morgen, Majestät, sag wie's meinen Tieren geht. Wie geht's meiner Geiß? Sie ist kräftig und weiß. Wie geht's meinem Bock? Er springt um den Pflock. Und wie geht's meinem Lamm? Es ist lustig und stramm. Dann ging Bauer ehrlich wieder auf das Land zurück und der König konnte sich zufrieden den Staatsgeschäften zuwenden. Unter den Ministern des Königs war aber einer, dem es gar nicht gefiel, dass der König dem Bauern mehr vertraute als seinen eigenen Ratgebern. Eines Tages trat der Minister vor den Thron und sagte, ob der Bauer ehrlich wohl wirklich immer nur die Wahrheit spricht. Ich wette mit Ihnen, Majestät, dass er schon bei seinem nächsten Besuch lügen wird. Gut, erwiderte der König, diese Wette nehme ich an, denn ich setze in meinen Bauern ehrlich das höchste Vertrauen. Wenn er mich belügt, will ich auf die Krone verzichten und du sollst König werden. Und wenn er die Wahrheit spricht, fragte der Minister, wenn er die Wahrheit spricht, soll dein Kopf rollen, antwortete der König. Das gefiel dem Minister überhaupt nicht, denn nun stand sein Leben auf dem Spiel und der Mann wusste beim besten Willen nicht, wie er den Bauern zum Lügen bringen sollte. Tag um Tag verging und der Minister wurde immer bedrückter. »Was plagt dich denn so?«, fragte am sechsten Morgen seine Frau. Zögernd berichtete der Minister, welche Wette er mit dem König eingegangen war. »Ach!«, rief die Frau, »wenn es weiter nichts ist, die Sorge nehme ich dir gern ab. Um Königin zu werden, lasse ich mir schon etwas einfallen.« Und wirklich, bald stand ihr Plan fest. Am Morgen des siebenten Tages zog sie ihre schönsten Kleider an, behängte sich mit dem teuersten Schmuck, setzte sich in einen feinen Wagen und fuhr zu der Wiese, auf der Bauer ehrlich die drei Lieblingstiere des Königs hütete. Als der Bauer die fremde Frau auf sich zukommen sah, blieb er wie versteinert stehen. Noch nie war ihm eine so reiche und schöne Dame begegnet. »Ach, lieber Bauer, kannst du mir helfen?« »Edle Frau«, antwortete Bauer ehrlich ehrerbietig, »was ich tun kann, will ich tun.« »Dann höre, ich leide unter einer seltsamen Krankheit. Wenn ich nicht jeden Tag die Leber eines Lammes esse, muss ich sterben. Nun habe ich gesehen, dass du ein besonders schönes Lamm besitzt. Verkaufe es mir, damit ich weiterleben kann.« »Schöne Frau«, »alles dürfen sie von mir verlangen, nur das nicht. Das Lamm gehört dem König, und ich darf es nicht töten oder verkaufen.« »Oh, ich Unglückliche, du bist ein grausamer Mensch und überlässt mich dem sicheren Tod. Verkaufe mir doch das Lamm und sage dem König, es sei in einen Abgrund gestürzt und dabei ums Leben gekommen.« »Das kann ich nicht sagen, denn das wäre eine Lüge.« Jetzt fing die Frau noch mehr zu jammern an und tat, als ob ihr schon Sterbenselend zumute wäre. Sie verstellte sich so gut, dass der Bauer in seiner Angst und voll Mitleid das schöne Lamm schlachtete, die Leber röstete und der Frau auf den Tisch stellte. Vergnügt schmauste die Frau des Ministers den Leckerbissen und fuhr zufrieden in die Stadt zurück. »Morgens schon, ha, bin ich Königin!«, dachte sie. Der Bauer ehrlich aber war verzweifelt. Was sollte er bloß tun? Lügen und seine Arbeit behalten? Die Wahrheit sagen und bestraft werden? In seiner Not nahm er einen Stock, hing ihm Mantel und Hut um, steckte ihn in die Erde und probte vor dieser Puppe, wie er morgen zu seinem König sprechen werde. »Ihrem Lamm geht es gut, ich bin auf der Hut«, das reimte sich zwar, aber war eine Lüge. »Was soll ich machen? Ihr Lamm ist tot!« Das reimte sich nicht, entsprach aber der Wahrheit. Die ganze Nacht hindurch zerbrach er sich den Kopf und konnte vor Sorge nicht schlafen. Endlich am Morgen wußte er, was er seinem König sagen würde. »Ja«, dachte er, »so soll es sein, so und nicht anders.« Als er bald darauf den großen Thronsaal betrat, staunte er nicht wenig, denn diesmal war der ganze Hofstaat anwesend. Alle Minister und Ratgeber lauschten dem Gespräch zwischen dem König und dem Bauern und alle warteten gespannt auf den Ausgang der Wette. »Guten Morgen, Bauer ehrlich, war der Weg heut sehr beschwerlich«, begann der König wie stets. Und auch der Bauer antwortete wie jede Woche. »Guten Morgen, Majestät«, und das Gespräch ging weiter. »Sag's, wie meinen Tieren geht, wie geht's meiner Geist, sie ist kräftig und weiß, wie geht's meinem Bock, er springt um den Flock.« Das waren die üblichen Antworten. Nun aber fragte der König, »Und wie geht's meinem Lamm?« Bei dieser letzten Frage blickte der König dem Bauern streng in die Augen. Ehrlich zögerte einen Augenblick, drehte seinen schäbigen Hut in den Händen, schluckte und antwortete schließlich, »Ich mag nicht lügen und sie betrügen. Verzeiht, o Herr, Ihr Lamm lebt nicht mehr.« Und nun erzählte er dem König, wie die schöne Frau ihn gebeten hatte, das Lamm zu schlachten, weil sie sonst sterben müsse. Er fiel dem König zu Füßen und bat um Verzeihung. »Steh auf! Ich bin traurig, dass ich mein Lieblingslamm verloren habe. Ich bin aber glücklich über dein edles Herz und deine Wahrheitsliebe. Darum will ich dir nicht nur verzeihen, sondern dir auch ein Goldstück schenken.« Der Minister aber musste die verlorene Wette mit dem Tod bezahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017